Wir brauchen dringend noch ein paar Goldstücke, sag ich mal. Drachmen. Das Gravieren und Aufbessern ist doch ganz schön teuer. Mycalesos. Jetzt werden wir wieder langsamer. Ich freue mich jetzt. Okay. Da ist er. 38. Und ne Menge Leute, wie es aussieht. Ich will mal die ausprobieren. Mal gucken, wie er mit den Wappen kämpft. Alter. Alter. Alter, sind die Dinger schnell. Oh. Okay. 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 Okay, Dolche. Dolche haben. Haben wir es für sich? Uh, okay. Soviel zu dem. Sehr schön. Weiter geht's. Äh... Coupés, Sees. Äh, wo ist es weiter weg? Das ist näher dran. Wo ist denn das? Das ist da. Okay. Komm. Komm schon. Ja, mach mal. Dann hat er mal eine merkwürdige Art, die Straße zu folgen. Bin ich sicher, nämlich keine Straße. Banditenüberfall, neuer Ort. Stopp. Sollen wir nicht Banditen kennen? Okay. Das gehört doch eigentlich auch dazu. Komm, das nehmen wir mal mit. Uh. Fangende Befreiung. Jetzt will ich Schatz. Ich lasse mich wieder nicht sehen. Ja! Ja, ich muss sagen. Also, mit Deutschen zu kämpfen, hat definitiv etwas. Oh, tschüss. Was willst du denn? Alter, ist das so mies, ey. Das ist genial. Wow, der schießt da auf mich. Komm ab. Ah, hau bloß ab, du. So, Gefangenenbefreiung. Das ist da und da ist der Schatz. Ich glaube doch, da war irgendwie was, äh, dass ich Banditenlager irgendwie machen soll. Irgendwie war da was. Mhm, Hörnerhelm. Ganz fantastisch. Oh, okay. Die Gegend hier ist aber sehr trostlos. Komm schon. Keine Chance. Na gut. Eila. Straße folgt nicht möglich, okay? Dann halt per Hand. Hm? 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 Oh. Okay. Ich weiß zwar nicht, was hier ist, aber... Hier scheint irgendwas zu sein. Okay, da ist ein bisschen... Eisen... Mehr gibt's hier wohl nicht. Okay. Okay, jetzt wieder... Das ist jetzt schon dann der dritte, den wir dann killen. Dann laden wir einer über von den Helden. Dann haben wir die auch erledigt. Wir werden jetzt Stück für Stück daran arbeiten. An die Dolche gefallen mir richtig gut, muss ich ehrlich sagen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Unheimlich schnell. Okay. Das ist es. Oh. Na dann. Da püscht die mächtige Jägerin. Ach, da ist er. Oh. 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 Da geht's! Oh. 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 Leg dich hin! Oh, geht es schon hin, ne? Nehmen wir den Pferden hier noch mit. Alter, Falter! So, die haben wir auch. Weiter geht's. Das geht richtig flott voran. Das freut mich. Ah, da hinten. Da springen wir mal was. So, komm. Und abwärts. Haus des Anführers. Ich verstecke mich lieber. Na komm. Schmarsch. Gut, dass es diese Autoreitfunktion gibt. Was macht er denn jetzt? Gymnasium. Okay. Okay. Er reitet hier irgendwie voll den Umweg, habe ich das Gefühl. Er hätte doch hier lang reiten können. Da wären die schon, als ich die Dolche richtig cool finde. Komm, gib Gas. Das ist kein Rennen. Tausend Meter noch. Warum eiert er jetzt hier lang, wenn da der Weg ist? Das mache ich jetzt nicht. Da geht er wieder um. Nee. Wir gehen den direkten Weg. Da er macht mir ein bisschen zu ploben weh gerade. Ein bisschen zu umständlich. Da haben wir den nächsten Punkt. Nehmen wir gleich mit. Ja. Das liegt ja mitten auf dem Weg. Ich habe... Herfuhrzüglich. Ne. Ne. Na? Das ist die Amira. Die Heldin. Und auf geht's. Ja, die ist bald tot. Hoffe ich doch. Ja, haben wir eben schnell geparkt, ne? Ja. Wir haben ebenso am Wegesrand geparkt. Na komm, Gullchen. Und auf geht's. Und jetzt holen wir uns die Alte. Die holen wir uns jetzt. Gullchen tot, oder was? Ja. Mal so, so sehen, dass wir die so abfangen. Ein neuer Tag. Juhu, zwei Stück. Na, okay. Komm, ich kipp's gleich mal richtig... Einen auf den Sack. Oh. Oh, oh. Ich glaube, du spinnst ein bisschen. Was? Ah, verschwinden. Komm schon. Zack, 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 zack. Schnetzel. Oh. Okay, einen haben wir. Ach, verdammt. Löschen. Oh, um Kultisten nach hier mitgetötet. Geil. Das heißt, wir können jetzt unseren Speer auch noch aufpushen. Geil. Kultist besiegt. Yes, baby. Geil. Und das Quest auch noch erledigt. Geil, 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 geil. Das hat sich gelohnt, aber richtig übel. So. Ja, mein neuer Hinweis. Wer bist du denn hier? Stufe 50. Stufe 49. Mehr haben wir jetzt gerade nicht? Okay, wir haben doch... Okay, wir haben doch... Okay, verbessere den Speer. Hier ist auch noch irgendwas. Das hat sich gut gelohnt. Aber es hat sich gut gelohnt. Kultisten niedermachen, Rest abge... äh... zu Ende machen. So, muss das sein. Dann können wir jetzt nämlich unsere finalen Fähigkeiten hochpushen. Ja, komm. Schmiede aktiviert. Synchronisiere Konstrukte Neuübertragungen. Kontakt aufgenommen. Yes, noch stärker. Dann müssten wir Level 37 sein. Ja, das müsste reichen. Yes. Sehr schön. 22. Ja, nie. Ist klar. Äh... Hilfe. Fähigkeiten. Wir haben den einen Punkt. Feuerbeherrschung. Zeitverlangsamen. Rasches Attentat. Haben wir den hier. Geisterfeinde, der Atem ist. Waffenruf. Präzises Attentat. 250 Attentatschaden. Oh. Es gibt so geniale Dinger. 25 Sekunden Giftschaden. Geisterfeinde, der Atem ist. Arges Schlachtruf. Nehmen wir mal mit. Äh... Wir machen mal... Unsere Waffen sind doch, glaube ich, sowieso vergiftet. Wir machen es mal auf die. So. Jetzt gucken wir mal auf der Karte. War doch hier irgendwas. Hier ist doch irgendwas. Irgendwas mit Gold. Steripus bucht. Da gehen wir jetzt mal hin. Der Blitzbringer Kopfgeld. Dann gehen wir jetzt mal raus. Erst mal raus hier. Wir wissen, was da ist. Und dann sehen wir mal weiter. Zusehen, dass wir dann die restlichen Artefakte für Atlantis zusammenkriegen. Ganz kurz haben wir nicht noch neue Gegenstände gehabt. Ähm... Ähm... Momento. Ja, nichts wirklich, was uns gerade voranbringt, ne? Warte mal. Wir haben die jetzt an. Oh. Fünf Prozent des angerichteten Schadens als Gesundheitsbonus. Oh, nicht schlecht, wenn man das komplette Sets zusammen hat. Haben wir ja leider nicht. Noch nicht. Aber wir arbeiten ja daran. Dass wir die Sets zusammen bekommen. Ja, jetzt aber. Dann muss es hoch. Hoch, Kumpel. Du sollst hoch. Ey. Gehst du jetzt langsam mal hoch? Ja. Was ist das jetzt? So Mini-Schritte. Mann, Mann, Mann. Oh, drei Millionen Jahre her. Alter, was ist das für ein Berg hier? Der Mount Everest, oder was? Wahnsinn. Was ist denn da bloß in hinten dieser Dinges? In dieser Bucht. Wir müssen da nochmal hin. Icarus, der Jäger. Ja, es tut mir leid, aber ich brauche das Zeugs. Was ist hier los? Ach, tatsächlich. Was ist da noch? Ja, du lebst immer noch. Sorry. One-Hit. Geil. Was ist denn da vorne? Da ist der. Blitzbringer. Ja, das will ich aber nicht. Aber da ist irgendwas. Der ist nur ein bisschen zu heavy. Irgendwas ist da unten. Brucht von niemandem. Neuer Ort entdeckt. Ich sollte besser ausgerüstet wiederkommen. Aha. Oh. Alles klar. Wir sind dann mal weg hier, ne? Besser ist das. Okay. Verbessere den Speer. Ja, das ist klar. Kehre zu Stentor zurück. Der Oberer. Das haben wir. Das könnten wir machen. Dann Kytera, Lesbos und Mesara. Kytera. Lesbos ist hier oben irgendwo. Lesbos ist da oben. Kytera. Attica. Phonia. Malis. Makedonien. 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 Kyteria. Das ist hier. Krokotasyene. Das will ich nämlich eigentlich noch nicht machen. Mesara ist auch irgendwas. Irgendwo soll hier was sein. Wahrscheinlich da. Der kretische Stier. Ist hier wieder ungehorsam. Oder wir geben wirklich jetzt mal das Quest nochmal ab. Der Oberer. Kehre zu Stentor zurück. Wo ist das Typ jetzt? In Sparta. Da oben, ne? Ja. Odyssey Quest. Dann gehen wir. Ja. Dann machen wir es von hier aus. Damit wir in der Story mal vorankommen. Na komm. Und. Ist ja nicht so weit. Räulchen. Auf Rot. Wär schön, wenn wir unser Haus wieder zurückbekommen könnten. Na los. Ella. Du bist zurück Die Helden sind erledigt Du solltest tot sein Bist du enttäuscht? Die Götter bestrafen Die Götter bestrafen Die Götter bestrafen